Was ist wichtig beim Beleuchten von Film und Foto? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Szenerie mit der Einstellung des Lichtes zu beeinflussen. Dabei sind wichtige Parameter die Richtung und die Härte des Lichtes. Die Richtung des Lichtes kann unterschiedliche Effekte haben. Wenn das Licht aus einer Richtung kommt, kann es große Schatten werfen oder Teile sind gar nicht zu erkennen, wie zum Beispiel hier eine ganze Gesichtshälfte. Wenn das Licht jetzt nur von hinten kommt, ist die Frontseite gar nicht zu sehen. Die Beleuchtung kann auch so ausgerichtet sein, dass sie von oben oder unten strahlt und dabei zum Beispiel mystische Effekte entstehen. Das sind aber meistens eher künstlerische Elemente. Wenn man nur eine Lichtquelle verwendet, sollte man diese in einem etwa 45 Grad Winkel schräg oben positionieren, um ein recht gut ausgeleuchtetes Bild zu haben. Dennoch haben wir weiterhin harte Schatten. Um das jetzt nun zu tilgen, kann man eine zweite Lichtquelle einfügen. Eine weitere Möglichkeit ist, gestreutes Licht zu verwenden, um weichere Schatten zu erzeugen. Dieses gestreute Licht kann durch Softboxen oder Flächenleuchten erreicht werden. So, das waren jetzt ein paar Möglichkeiten, wie man mit der Beleuchtung bei Film und Fotos spielen kann. Viel Spaß beim Selbstausprobieren. Vielen Dank. Tschüss.